Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade ein Video gefunden von Dream. Und zwar, ich möchte mir das Video auf jeden Fall mit euch ansehen. Und ja, das sind jetzt die 5 echten Geistervideos 2019. Ich hoffe, ich darf das Video jetzt mal ganz kurz verwenden von dir, Dream. Auf jeden Fall, wenn das ein Problem sein sollte, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann lösche ich das Video sofort wieder. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir gerne einen Like da und abonniert meinen Kanal für mehr von solchen Videos. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Und zwar, das erste ist Marta Chapel Cemetery. Das ist anscheinend in Texas. Und wenn man da jetzt quasi auf Google Maps geht und das Ganze sich ansieht, dann sieht man anscheinend da einfach mal neben diesem Baum, ein kleines Kind. Bitte was? Hey? Bitte was? Das ist einfach nur krass. Also sowas ist irgendwie so, okay. Ich meine, naja, man könnte ja irgendein kleines Kind sein, aber es ist irgendwie ein ziemlich graues Kind, ohne dass es jetzt irgendwie, ne? Ziemlich zu grau für ein Kind irgendwie. Von dem her, hm, ne? Alles klar, ne? Und ja, ziemlich krass. Auf jeden Fall ist anscheinend ein Zuhause von... ...weil... ...was ist da? So, was mag ich mal gar nicht, gell? Nur mal nebenbei, aber egal, ne? So, was ist das? Aha. So war das geworden. Okay. Aha. Ja, ich denke, das war... Hm. Könnte ja auch wer anders gewesen sein, Aber irgendwie weiß ich nicht so hundertprozentig, man kann nicht alles immer so hundertprozentig real ansehen, aber es sieht schon mal ziemlich komisch aus, was schwer ein Mensch machen würde. Oder bin ich dumm? Ich verstehe es bloß nicht. Vielleicht nicht. So weird. Hä, warum hört es sich auf zu schwingen? Es hört schon seit Ewigkeiten auf mich zu schwingen. Okay, jetzt wird es auf zu schwingen. Okay, alles klar. Das ist das nächste Video. Soll jetzt irgendwas sein. Keine Ahnung. Ok. Oh, ich bin dran. Mann, der durch Wände läuft. Ist eigentlich ziemlich chillt, oder nicht? Oh ja. Alles klar, Mann. Ziemlich schnell. Ziemlich sehr schnell, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dran. Oh ja. All right! Was ist das? Okay. Ja, ich mein... ganz ehrlich, das sieht auf jeden Fall noch real aus. Weshalb es einfach zu komisch ist. Also, keine Ahnung, wie ich das jetzt genau erklären soll, aber okay, naja, alles klar. Oh Gott, warum sind die Kameras immer so 144p, dass man gar nichts erkennt? Immer. Egal, was aufgenommen wird, es wird immer mit 144p aufgenommen. Das ist das Ding. Okay. Okay. Aha. Ne, sowas ist nicht so geil. Ne, op, op, okay. Naja, was da jetzt hinter der Tür ist, weiß man nicht. Hundertprozentig, oder? Naja, es könnte möglicherweise hinter der Tür sein, ich bin mir nicht sicher, okay. Keine Ahnung. Das ist ja richtig komisch, okay. Genau, immer vor der Kamera dann so machen, ja, dass man auf jeden Fall gar nichts mehr sieht auf einmal. Ah, die ist geflogen. Die Matratze fliegt. Was? Das habe ich gar nicht richtig gesehen. Ja, ne. Matratzen pflegen, nicht einfach so. Okay. Alles klar, Mann. Okay. Das ist jetzt eben auch wieder mit einer ultra alten Kamera gefilmt. Es ist halt schwierig, dass man da was erkennen kann, dass das mal... Ja, ich darf keine Sounds haben, aber... Ja. Okay. Okay. Ich habe jetzt noch ein paar Dinge, wir können noch ein Stück machen. Ich muss noch ein bisschen nach Euch jetzt noch ein bisschen anfangen. Ich möchte ein paar Mal sagen, das noch. Okay. Ich habe noch eine moderne Folge. Ich habe noch eine sehr schöne Zeit mit einem Bekan lemmen, wir können in der Woche nehmen. Ich habe noch eine sehr vereine Überraschung. Was ist das? Okay Alles klar, Mann Wer kennt's nicht? Okay Irgendwas zieht der die ganze Zeit so vorbei beim Fenster? Oh, das ist der Winkel Keine Ahnung, das ist ja komisch Alles klar, Mann Okay, das war auch ein ziemlich komisches Video auf jeden Fall Alles klar, Mann Okay Voilà Na gut Es gibt ziemlich viele krasse Videos Auf jeden Fall Natürlich sagt man, man kann alles faken Steht schon, das stimmt schon auch Trotzdem, man kann alles faken Aber es gibt so ein paar Videos, wo ich mir wirklich einfach nicht sicher bin Und solche Videos genau sind das irgendwie Weil das mit der Matratze Also ich glaub nicht, dass ich eine Matratze einfach mal so nach oben schmeißen kann Das ist das komische, ja Da muss schon wirklich viel Arbeit sein, dass das passiert Aber das ist ja komisch Das ist ja alles klar Es ist wirklich einfach nur krass Solche Videos sind einfach nur krass Und ich hoffe, ja Euch hat das irgendwie gefallen Dann lasst mir gerne einen Like da Und abonniert meinen Kanal für mehr Und zwar, ja Ich hoffe, dass ich das Video heute natürlich nehmen darf Auf jeden Fall Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal